hallo eisenbahnfreunde herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir schreiben heute den 28 april 2024 und befinden uns mal wieder an der strecke zwischen alt legenberg und haspelmoor heute soll hier in kürze ein highlight vorbeikommen und zwar der sonderzug der historischen bahn e.v von schorndorf nach prien am chiemsee der soll bespannt sein mit einer e10 schauen wir mal nach dem intro geht's los ja ja ARD Text im Auftrag von Funk BW Cargo Richtung München BW Cargo Ja und da hatten wir gleich mal ein Treffen der Generationen, die E10 mit ihrem Sonderzug nach Prien am Chiemsee und der ICE Richtung Augsburg. Euro City mit zweimal Taurus der ÖBB Richtung München. Gabi Richtung Augsburg. Und Gabi Richtung München. ICE Richtung Augsburg. ICE Richtung München. 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 North Rail mit KLV Zug. ICE Richtung München. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ICE Splinter Richtung München ICE 3 Neo Doppeltraktion Richtung Augsburg ICE 4 Lang Richtung München ICE 5 Neo Doppeltraktion Richtung München ICE 5 Neo Doppeltraktion Richtung München ICE 5 Neo Doppeltraktion Richtung München IC4 Richtung Augsburg ICE Richtung Augsburg IC2082 Richtung Augsburg wo dann die Vereinigung mit dem 2084 stattfindet dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal Trends mit der Bedeutung Euro City nach Klagenfurt. Und damit möchte ich mich dann auch heute von euch verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht habt und klickt auf die Glocke, dann werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, wenn ein neues Video erscheint. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, euer Andreas Elten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.